Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark The Center und zum letzten Teil vorerst, denn das hier wird nur ein kurzes Ankündigungsvideo, denn es ist da das riesige, gigantische Update, was angekündigt wurde auf der PAX gestern Abend, ist es rausgekommen und oh mein Gott, es ist groß, es ist gigantisch und wir werden auf jeden Fall, beginnend direkt heute, ein neues Ark Projekt starten. Doch, diese Welt hier wird nicht verloren gehen, denn wir werden das Ganze natürlich speichern. Das ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass ihr Ark The Center gesehen habt, aber vorerst werden wir ein neues Ark Projekt starten. Dann freut euch schon direkt darauf, denn die Teaser-Folge dazu wird es direkt innerhalb der nächsten paar Stunden schon geben hier und seid gespannt, was euch dann in Ark bei uns erwartet. Wir sind alle schon mega gehypt und werden da auch sicher direkt zusammen durchstarten und von daher werde ich mich jetzt hier erstmal in das Haus von uns ins Bett begeben und dann verabschieden wir uns hier von dieser Welt und sehen uns direkt morgen beginnend und nachher in der Teaser-Folge wieder in unserem neuen Ark Projekt. Also dann, bis demnächst. Ciao, ciao.